Hallo und Servus aus München. Wir haben in den nächsten Tagen hier ja die Konferenz für Informationsarchitektur 2011 und von der werde ich hier in diesem inoffiziellen Podcast ein bisschen überrichten. Diese erste Folge ist die einzige Folge, in der ich vor der Kamera bin. In allen weiteren bin ich hinter der Kamera und spreche mit den Leuten, die hier Vorträge halten, damit alle, die eben selber nicht hier in München mit dabei sein können, ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was hier so besprochen wird, was die heißen Themen sind, worüber diskutiert wird. Und allen, die hier mit in München sind, wünsche ich natürlich viel Spaß und allen, die über den Podcast mit teilnehmen, dem natürlich auch. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.